Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 30.400 US-Dollar. Leichter Abverkauf gestern Nachmittag nochmal zu den Zahlen, die wir da geliefert bekommen haben. Gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Trotzdem müssen wir, ich habe ja gestern dazu gesagt, 32.000 US-Dollar sind eigentlich immer noch sehr, sehr wahrscheinlich. Mittlerweile habe ich ein bisschen meine Meinung geändert. Wir müssen auf 1, 2 Punkte achten. Wochenende ist jetzt sowieso sehr, sehr wenig Volumen im Markt. Da müssen wir dann sowieso ein bisschen vorsichtiger sein mit Longs und natürlich auch mit Short-Positionen. RSI hat ein bisschen abgekühlt. Trotzdem gibt es ein paar Punkte, die wir auf jeden Fall besprechen sollten heute. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updatesignale oder sonstigen Krimskrams, die ich da reinposte, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, 30.400 US-Dollar. Ihr seht schon, ich habe hier so ein kleines FIP-Level mal gezogen. Ich bin gestern Nachmittag schon Short gegangen, beziehungsweise gestern Morgen bei den 30.9. War kein offizielles Setup, weil das Risiko sehr, sehr hoch war. Mittlerweile zwei Take-Profits geliefert. Bin jetzt aber am überlegen, ob ich noch ein Signal für die Telegram-Gruppe fertig mache. Ihr seht hier FIP-Level von diesem Downtrend. Wir haben jetzt erst einmal, um mal in die kleineren Timeframes reinzugehen, in den 15-Minuten-Timeframe, sind wir erst einmal ein bisschen bearischer jetzt unterwegs. Wir haben jetzt diesen Trend, den wir jetzt hier die letzten Tage gebildet haben, erst einmal gebrochen. Sind jetzt nach unten hingefallen und haben durch dieses FIP-Level jetzt hier die Chance, bei den 30.6 bis ungefähr, ich sage jetzt mal, 30.8 zu des Golden Pocket und des 0786er, hier erst einmal ein bisschen Widerstand reinzubekommen. Das heißt, wir könnten hier einen bearischen Retest sehen im Laufe des Wochenendes und dann erst einmal zur Korrektur ansetzen. Das ist auch so, erst einmal ein bisschen der Hintergedanke für den Short. Wir haben weiterhin unseren Long offen. Der Long wurde ja nochmal hochskaliert. Das habe ich ja in die Telegram-Gruppe reingepostet. Aber ich glaube schon vor zwei Tagen, muss ich mal überlegen. Genau hier habe BTC-Posy wieder erhöht. Heißt, wurde verdoppelt in dem Sinne. Das heißt, der Entry momentan bei ungefähr 29.000 US-Dollar. Und wenn wir jetzt hier die Confluence sehen, das ist auch so grob das Ziel, was ich momentan von dieser Korrektur ehrlich gesagt ein bisschen erwarte. Eben diese 29.000 US-Dollar aufgrund des Golden Pockets von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Deswegen überlege ich jetzt momentan, dadurch, dass wir eh den Long noch offen haben, könnten wir hier gegebenenfalls ein bisschen hatchen und hier einen Mini-Short reingehen bis ungefähr 30.800, 30.900 US-Dollar nochmal einen kleinen Short reintun. Das heißt, hier auf diese Bewegung hoffen und dann runter mitnehmen bis ungefähr 29.000 US-Dollar. Wir haben gestern positive Zahlen im Bankensektor gesehen. JP Morgan hat gute Zahlen geliefert. Ich glaube, Wells Fargo hat auch sehr, sehr gute Zahlen geliefert. Also der Wirtschaft an sich, beziehungsweise dem Bankensektor, der ja vor zwei Wochen noch vor dem Bankrott stand oder vor vier Wochen, scheint anscheinend zu gut zu gehen. Die Frage ist nur, wir reden hier von JP Morgan, einer der größten oder ich glaube mit der größten Vermögensverwaltung, mit BlackRock und sowas natürlich. Da auf die Zahlen würde ich ganz ehrlich erstmal ein bisschen drauf scheißen. Weil wir haben ja vorher gesehen, vor allem kleinere Banken und vor allem die Krise zieht sich momentan auf Banken bis ich glaube 250.000 Kunden und sowas. Also da müssen wir eher mal ein Auge drauf werfen. Die Zahlen könnten auch ein bisschen trügerischer sein. Natürlich ist dadurch auch der US-Dollar wieder ein bisschen stärker gewesen. Das schauen wir uns alle später natürlich noch im Marktausblick an. Also wenn ihr Bock habt, später heute Nachmittag kommt dann der Marktausblick nochmal online mit allen wichtigen Daten für die nächste Woche. Das hat natürlich einerseits Bitcoin nach unten gedrückt und natürlich, was man auch dazu sagen muss, Gold mit einem ordentlichen, ordentlichen Abfall mittlerweile alle drei Take-Profits geholt. Hab die Position jetzt auch hier ehrlich gesagt wieder ein bisschen hoch skaliert. Aber auch hier müssen wir für nächste Woche ein bisschen vorsichtig sein. Für mich sind das alles momentan immer noch ein bisschen Nachkaufkurse. Ich sehe das ein bisschen längerfristig. Man sollte jetzt einfach nicht direkt hoffen, dass wir jetzt hier einen kompletten Crash auch bei Gold sehen oder natürlich bei Bitcoin. Bei Bitcoin ist es so, wie gesagt, hier oben kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal einen Short-Entry eingehen. Wir sind ja heute Nacht schon mal hier an diese Position hochgekommen. Da liegt auch noch ein bisschen Liquidität durch diesen Wig, den wir hier noch zu füllen haben auf dem 15-Minuten-Time-Frame. Also unwahrscheinlich ist es momentan nicht, um dann, sage ich mal, zumindest hier in Richtung 29.000. Und was liegt bei den 29.000? Ihr seht es richtig. Hier hatten wir vorher im Endeffekt den meisten Widerstand. Also hier diese Konsolidierungsphase in diesem Bereich. Die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die nochmal retesten. Und dann möglicherweise wirklich Richtung 34.000 oder sogar 40.000 US-Dollar gehen. Ihr wisst, ich bin erst bullish, wenn wir die 32.400, 32.500 US-Dollar auf Daily oder besser sogar Weekly-Sicht rausnehmen. Erst dann gehe ich wirklich dafür, dass wir in einem Bullenmarkt sind. Vorher müssen wir hier immer noch ein bisschen aufpassen. Also es ist immer noch nicht so, dass wir jetzt hier in einem Bullrun sind. Es können immer noch größere Korrekturen folgen. Und die 25k ist unser übergeordnetes Ziel. Das bleibt auch weiterhin bestehen. Denn dort liegt momentan von dieser Gesamtbewegung, also von unserem Tief bei 19.000 US-Dollar bis zu unserem Top momentan das Golden Pocket. Und das würde ich nach jetzigem Stand weiterhin nicht abschreiben. So, das nochmal so ein bisschen meinen Senf dazuzugeben. Das ist jetzt wie gesagt erstmal so der kurzfristige Plan. Ansonsten der Long bleibt weiterhin bestehen. Short, wie gesagt, können wir ein bisschen hedgen. Heißt ohne Risiko. Ziel übergeordnet. Wie gesagt, sind hier oben einfach einerseits der 32.400, andererseits natürlich die 34.000 bis sogar 40.000 US-Dollar. Aber wie gesagt, es kann alles noch ein bisschen in die Weite ferner rücken. Es kann auch erst die Korrektur bis 29k kommen, deswegen auch der Short. Wir sind auf jeden Fall für beides erst einmal vorbereitet. Deswegen Wochenende genießen, nicht zu viel überstürzen. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum, keine Ahnung, was ich da jetzt gestern einzeichnen wollte. Ich glaube, das war für mich ein bisschen. Habe ich gestern, um es schon mal wichtig zu sagen, ich habe meinen Einsatz rausgenommen. Wir haben darüber gesprochen, dass ich sobald ein Altcoin 100% mache, das ist meine Strategie, die müsst ihr nicht fortführen oder müsst ihr selber nicht machen. Aber sobald ein Altcoin 100% macht, gehe ich hier raus und verkaufe zumindest meinen Einsatz, um nur noch Profite laufen zu lassen. Und ihr könnt euch alle daran erinnern, wir haben alle hier unten in diesem Bereich um, ich sage jetzt mal 1.000, wo war es denn? Hier in diesem Bereich bei 1.000 US-Dollar hier drüben haben wir gekauft, hatten dann schon mal eine Rallye bis auf knapp 2.000 US-Dollar, da wurde unser Take-Profit verfehlt. So, dann haben wir ein bisschen weiter akkumuliert und jetzt sind wir hier 100% im Plus. Deswegen habe ich gestern auch in der Telegram-Gruppe announced, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Hier kurze Info zum Video, weil ich mir gestern im Video noch nicht sicher war, ich nehme bei Ethereum, ETH, meinen Einsatz raus. Mehr als 100% gemacht, Zeitcall-Rücksetzer gegebenenfalls nochmal zum Nachkaufen, somit kein Risiko mehr und das ist der Hauptaspekt. Wir wissen noch nicht, ob wir in einem Bullrun sind und solange wir bei Bitcoin auch die 32,4 nicht haben, kann es genauso gut möglich sein, dass wir hier im Endeffekt noch diesen Rücksetzer sehen. Und gestern habe ich zumindest schon mal so eine kleine Bestätigung gesehen, indem wir hier runter sind auf 2.042 US-Dollar, da gab es schon mal 4% Minus und wir sind hier fast am Top, also fast genau auf dem Top, haben wir hier oben erst einmal verkauft. Und auch hier, wie gesagt, sehe ich noch das Potenzial, zumindest hier in den Bereich der 1.900 US-Dollar zurückzukommen oder sogar 1.800 US-Dollar, weil dieser Anstieg klar, sehr, sehr impulsiv, aber das Volumen ist halt jetzt auch deutlich raus. Klar, wir haben Wochenende und so, aber auch hier ein bisschen aufpassen. Position müsste eine noch laufen, das ist der Long, der mittlerweile zu 75% zu ist. Auch hier haben wir die Möglichkeit, einen Short-Hedge reinzumachen. Momentan sehe ich hier aber ehrlich gesagt keine Möglichkeit. Warum? Blicken wir mal ganz kurz rüber in die Vergangenheit. Ihr seht hier, wir sind jetzt hier auch schon so vor der Möglichkeit, bis sogar auf 2.450 US-Dollar zu steigen. Das heißt, hier ist das Risiko mir persönlich ein bisschen zu hoch hier reinzuschorten, deswegen lassen wir erstmal mal den Long laufen. Und sollten wir in der Korrektur gehen, werde ich sehr wahrscheinlich auch wieder die 1.000 Dollar, zumindest teilweise, wieder in Ethereum reininvestieren. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmelodie. Jetzt haben wir erstmal den Einsatz raus. Das heißt, die 100% liegen jetzt erstmal beiseite. Ob wir die in Bitcoin, Gold oder Ethereum stecken, das kann jeder sowieso selber machen. Und ich warte jetzt hier erstmal, dass wir gegebenenfalls, oder hoffe, dass wir einen Rücksetzer kriegen. Ansonsten, wenn ihr jetzt einkauft, seid ihr immer nochmal billiger oder habt ein bisschen minimal mehr Ethereum. Aber ein Rücksetzer wird für mich, sag ich mal, von Tag zu Tag ein bisschen wahrscheinlicher. Ihr kennt diese Phasen, erst Bitcoin, dann Ethereum, dann haben wir so ein bisschen Altcoin-Season und dann kommt meistens die Korrektur. Also noch nicht zu übermütig werden, Korrektur kann jederzeit kommen. Nein, ansonsten sollten wir nochmal einen Long-Einstieg wagen, eventuell mal hier diesen Bereich um 1.940 im Blick behalten. Wir ziehen mal hier ganz kurz das FIP-Level, kontrollieren das auch mit dem Golden Pocket. Würde hier sehr, sehr gut passen, 1.6, 1.950 vielleicht das Golden Pocket hier. Nächster Re-Entry dieses Hoch nochmal abgreifen als Support und dann gegebenenfalls hier den Step in Richtung 2.445 US-Dollar mitnehmen. Also ihr seht grundsätzlich, ein bisschen vorsichtiger sollte man jetzt langsam im Markt unterwegs sein. Wir sind an wichtigen Key-Levels angekommen. Errors ein bisschen überhitzt, Volumen geht langsam ein bisschen raus. Das habe ich euch ja gestern schon mal gesagt auf dem Binance-Shirt. Das schauen wir uns doch mal ganz kurz an, damit ihr mir das auch glaubt. Wo haben wir den? So, hier. Ihr seht, das Volumen doch schon schlagartig rausgegangen. Es gibt natürlich auch Statistiken, wo es heißt, okay, der Markt wird momentan ein bisschen Spot getrieben. Das heißt, es gibt mehr Spotkäufe trotzdem. Das sind für mich Zeichen eines eher ein bisschen ungesunden Marktes, um zumindest mal eine Recovery, zumindest in dem Bereich der 28.29 zu bekommen oder bestenfalls sogar die 25.000 US-Dollar. Hier neuen Support und dann gib ihn locker Richtung Olga nach oben. Das war das erste Mal zu Bitcoin und Ethereum. Ich würde sagen, später schauen wir uns dann, wie gesagt, noch ein bisschen Marktausblick an. Vor allem die traditionellen Märkte, Gold, Forex und so ein bisschen, weil Forex jetzt auch momentan ein bisschen mit drinnen bin. Schauen wir uns gerne mal ein bisschen an. Ich komme noch ganz kurz zu den News rüber. Digitale Vermögenswerte. Spanien verschickt 300.000 Steuerbescheide. Nice. Good job, Spain. Und Solana Saga. Ja. Erstes Krypto-Smartphone erhältlich. Würde mich, ich habe schon ein, zwei Leute, habe ich schon gesehen, die wollen sich das Ding vorbestellen oder haben sich das vorbestellt. Ganz ehrlich, wer kauft es? Würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Kauft jemand von euch dieses Solana-Smartphone? Würde mich wirklich tierisch mal interessieren, weil ich hätte zum Beispiel keinen Bock. Weißt du, du telefonierst so, Blockchain down. Du willst eine SMS schreiben oder WhatsApp? Ah, scheiße, Blockchain down. Kann ich nicht. Ich will mich krank melden. Ah, scheiße, Blockchain down. Es ist zwar ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Solana-Fan, das wisst ihr. Deswegen würde es mich einfach mal interessieren. Auch so von den Daten her. Snapdragon 8 Plus ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt der neueste. Ja, 4000 mAh Akku. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder zum, wie gesagt, Update-Video. oder Marktausblick. Das war es von mir. Schönen Start ins Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.